Moinsens und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play von Breakforce Wie seit langem wir immer gewünscht ein 2x2 und zwar mit den Unho-An-Null-Li-Rouge Ist das mit Rous irgendwie in Verbindung gebracht? Egal, ihr wisst wen ich meine Ja, so ungefähr Boah, ich wurde gerade geflasht Ja, von mir Oh Leute, ich bin da schon Ja gut, gut dass du mich gerade geflasht hast Ich renne da so blind, halb blind rein, Alter Okay Der zweite ist da auch noch Und zwar hier Ja, das nennt man dann wohl Selbstopferung Gut, dass ich hier ohne Radar mit Nachschub vielleicht rangehe, falls wir zu sehr fahren, aber Sieht wohl nett daran aus Im Hintergrund hörte ich übrigens gerade, falls ihr das hört, mein Mikrofon gut genug ist, meine Sister-Klavier schreit Der andere kommt da auch schon, Leute Ja, Low fragt dich, ich hab Über-Low geämmt, der hat kein Prämie mehr und 1 HP ungefähr, so in der Dreh Ja, okay, die Glitche da, die sind in der Grube und alles und sowas Ja, die sind in der Grube ist das Ich komm mal von hinten Den kommst du nicht ran Ich komm mal von hinten Pass auf, dass sie dich jetzt entwaschen Nee, 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 nee So, nur Vero hat schon nix mehr Alter, ich werde sterb Boah, Alter, dieser Typ in der Grube, der regt mich nur auf Vor allem, ich kassiere noch Er, ich schießt auf dich und ich hab jetzt schon nix mehr Ich connecte irgendwie erst jetzt noch schon Mit dem Typ in der Grube hast du echt keine Chance, ey Boah, weißt du was, ich geh jetzt mal hier aufs Dächle Weil, warte, ich glaub, ich sag mal, was zu dir kommt Oh Gott Keine Chance, Alter Mein 50er kam viel zu spät Ja, aber mir kam gar nix Boah, jetzt hocken die sich wieder in die Grube, ne? Warte? Ja Ja Ja, einer hat in der Grube, geh du außenrum, ich komm von oben Boah, ich hab mal wieder eine Premium KD gegen die absoluten No Hands So, Gamer hab ich Oh, Alter, der hat mir noch Hälfte gezogen Dings hab ich schon Hälfte gezogen, Gamer hat Hälfte weg Lol, Alter, wie schnell Alter Wenn die durchkommen, bin zu tot Passt nur auf, dass keiner bei mir kommt Ähm, ich glaub, Gamer hat keine Rüstung mehr Ja, die sind beide da vorne Okay, warte, ganz an die Ecke sneaken und Geschafft Äh, einer ist Das erinnert mich an so eine legendäre Szene, wo ich jetzt den Sprung verkackt hab Ach, die wussten, dass ich... Gamer hat kein Premium, Gamer hat kein Premium Ja, okay Overo hab ich Wenn die glitchen können, kann ich das auch Ja Oh, fuck Oh shit, oh shit Da hab ich relativ fucked gefressen Alter, der hat keine Rüstung mehr Ich glaub, die ziehen sich gerade taktisch zurück Ja, die kommen jetzt hier von nach hinten, glaub ich Ja, da ist Gamer-Gamer-Hälfte Gamer kein Premium, ich hab auch keinen zu mehr scheißen Warte, ich komm von oben Wo ist der genau? Da, ich seh's Nein! Im Sprung hat er mir einen Header gegeben, pass auf Ja, die werden jetzt beide gestorben Und falls ihr euch wundert, na, äh, ich find die normale beide einfach um Längen besser als die seltene Mit der trifft man einfach viel mehr Nein, komm schon, nein, ich hab... Der hat keine Rüstung mehr, keine Rüstung Boah, der andere da hinten, da hat der noch Prämie Äh, der hat auf jeden Fall keine Rüstung mehr Na, jetzt hat... Alter Jetzt bin ich noch Prämie Pass auf, von links, von links, von links, von links, von links Ich bin einmal hochgesprungen, war einfach tot Also, auch wenn ich nicht gedacht habe, aber die Gegner sind, äh, besser als die am Anfang erwartet haben Oh mein Gott, oh, das ist doch scheiße Hat er mich abgefangen Ähm... Die Treffen relativ gut, muss man sagen Zumindest auf der Fall So, was auf, die glitschen hier oben Einer ist bei mir unten Overo hat fast nix mehr Ich auch nicht Und dann kommen sie beide durch Einmal, zweimal So macht man das Jetzt rennt mich an ein How-To mit Brave Okay, V2, wie man GSG-9 farmt Okay, dann habe ich noch einen Schuss abgesetzt Die Gamer hat keine Rüstung Weißt du, dafür, dass wir nicht mal taktisch spielen und dafür gewinnen, dann ist das ganz in Ordnung Dafür, dass es meine Rüstung erst zur Runde ist Die Gamer hat kein Prämium Overo ist gut Ich kann doch auch Okay Dann gehe ich mal hier hin Nicht ständig mal hier, von wo kommt sie, von wo kommt sie Von, von der Mitte Gamer ist da Leute, ja, der kippt mich, wenn auch die Schüsse zu gehen Das ist das typische Aim Wo Alta war gestern die Runde mit X-Brave, Alter, wie der Junge gezogen hat Fuck, hilf mir, hilf mir Nein, ich werde sterben, ich werde sterben Ja, dann hau ab und komm, ja, dann rett mich hinterher Oh Gott, oh Gott Ich habe kein Prämium mehr, ich habe nichts Okay, Novero nix Nein, jetzt kommt der zu mir Oh, der hat kein Prämium, okay Jawohl So will ich das sehen Au Alter, der Novero hat Hälfte, wa Gamer hat auch nicht mehr Alter, der gibt mir durch die Fässer härter als ich ihm Wie kann das sein Alter Ja, du bist ja gut Längst mich noch ganz kurz Novero 1 HP Okay Hast du eigentlich sowas Alter Hast du Assassin's Creed oder sowas in der Richtung Habst du beide Ja, ja, ich hab's Hast du Assassin's Creed eigentlich Nein Echt nicht Nein Wenn der letzte neue PC hast, hol dir mal einen von den Äh, eines So, beide nix mehr Weil mich kann da ganz gechillt stehen bleiben, da passiert eh nichts Oder doch Au, nein Ich komm von unten Also der eine hat kein Prämium mehr, der andere auch nicht mehr so Ja, okay, so macht man das Weißt du euch wunderbar, warum ich gerade nicht so sehr motiviert bin Ich hab ja heute schon sehr, 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 sehr viel mit Happy gezockt Und jetzt ist mein Spielzeit aufgebaut, es kommt meine Mutter alle 10 Sekunden, wenn ich ein Wort sage Oder beziehungsweise rede in mein Zimmer rein und gucken, ob ich spiele Nein Also ich muss ehrlich gesagt sagen Äh, an alle, also Novero und Gamer, falls ihr dieses Video seht Also ihr seid auf jeden Fall besser als gedacht Das muss man einfach mal sagen Der ist runter Alter, gibt der mir, alter, gibt der mir Nein, der kann nicht noch runter Oh, oh, oh Oh, shit Der eine hat immer kein Prämium mehr Der andere kommt jetzt auf, der kommt jetzt auf Oh, ich hab 6 AP Oh, ich hab 6 AP Da war ich auf einmal runter, aber auf 6 AP Oh, shit Oh, shit Ich hab grad voll die FPS Einbrüche, ich nehm gerade 120 auf und auf einmal bin ich 100 jetzt bei 97 Fuck, äh, Dings, kein Prämie mehr Die frühstück ich doch easy von der Seite weg So, einer ist wieder unten Passt du mal bitte von da auf Ja, ich mach hier Ich sollte mal einen, äh, besseren Helm anziehen für die 2 und 2 Oh mein Gott, ich ne, nein Fuck Oh Gott, wie ich da netreff Der hat nichts mehr, 1 AP vor Prämie Oh, wie ich da netreff Hat der mich gerade gedippt, der Spaß Hat der mich geteabankt Ja, ohne Spaß, voll Der hat mich gerade voll geteabankt Du, Vero, Hälfte Ich muss mal lernen, öfters mit Scope zu schießen So, wie denn jetzt Oh, da treff ich nichts Nein, der hat kein Prämie Alle meine Pots waren aktiv Fuck Boah, Alter, wenn er zu weit geht Oh mein Gott, wie shit Oh mein Gott, wie shit Boah, immer dieses Caps an, Alter Boah, ey, ich muss aber wirklich sagen, war Ich, äh Ja Auch wenn das jetzt gerade nicht so Der Part war, wo ich hier frohe Stimmung Nein, da hat kein Prämie mehr Auch wenn ich jetzt nicht gerade so Der motivierte war, Leute Egal Wir sehen uns dann gleich beim nächsten Let's Play wieder Bis dann Lasst einen Daumen nach unten da Falls euch das Video gefallen hat und so weiter Hört nicht auf den, der es geistig haben wird Also Leute, bis zum nächsten Mal Haut rein Ciao Bede, also auf dem noch fett